Jo Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin wieder gesund. Heute mal wieder mit einem Scammer wurde gescammt Video. Viel Spaß und rein in meinem Geaway. Jo Freunde, was geht? Heute verlosen wir einmal 100 Draco, 100 Sonnenkristall, 100 effiziente Mechanikteile, eine Valkor Spook Piste. Wenn ihr mitmachen möchtet, müsst ihr einfach nur euren Epiclubby in die Kommentare schreiben. Mehr müsst ihr noch machen. Und viel Spaß bei der Verlosung. Jo Freunde, was geht? Ein Schuss. Einer wollte mit mir Traden. Ich weiß nicht, ob du zu sauer bist oder nicht. Hast du zwei Raketenwerfer? Ich brauche sie. Ich brauche ein gutes Boot als Deck Reucoil, als Exocrysal, nein, das Deck ist nicht. Vorrichte oder verbrauchst du? Ja, Vorrichte. Geht? Vorrichte. Ich brauche, du zuerst. Kannst du aus dem Edit rausgehen? Oh, hey. Taufe. Warte. Ich brauche noch mal. Nein, was soll ich nicht treffen? Hier kannst du bitte aufhören und edit dich da an. Sonst muss ich den Baum rechnen weg. Okay. Ein Stick Effis. Ein Stick Effis, super. Ein Stick von High-Stack-Break. Okay, wer soll Ende? Ich. Ich glaube, ich kann. Ja, Ende. Ein Stick Effis. Ja, dann, wer hat er gerne. Ja, da hat er. Also, ein Sticker. Auch das ist ein Sticker. Ja, das ist ein Sticker. Ja, das ist ein Sticker. Ja, das ist ein Sticker. They're playing so much. Was soll er das? Können wir bitte noch mal drehen? Mir geht's zu meiner Sachen zurück. Das krieg ich. Nein, du kriegst nicht, weil ich kein Geld vertrauen. Jetzt schwop einfach mal ein paar Wachen. Ich will jetzt einfach so, keine Ahnung, Wachen bringen. Und weil ich meine Raketenwerfer und andere Wachen mache. Dann geb ich dir das her. Ja, aber nimm den Bauplan. Okay, hier. Warum? Na, passt. Okay. Die Wachen sind alle Wachen. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Nein, nein, doch nicht. Ich muss den Zug offen jetzt. Noch ein paar Wachen. Gut, kurz. Okay. So. Hier ist der Bauplan im Tank, meine zwei Raketenwerfer und noch ein paar andere Wachen. Dann wäre das ein guter Spät. Bei mir? Ich habe jetzt gar keine Ahnung, welche Deine, weil ich habe halt drei. Das war ja ein Raketenwerfer. Die mit Feuer. Ja, Fuletti. Ja, Fuletti. Ja, Fuletti. Das ist noch ein paar Waffen. Ja, guck mal bei dir und guck mal bei dir. Aber ich glaube, das ist immer ein bisschen warm. Ey, komm. Sonst hätte ich nicht weiter. Ja, okay. E-D-D-D-3-2-1-Ful. Scammer geht, Scammer. Ja, ich muss sagen, danke für Deine Wachen. Oh, ne. Na, komm mal raus. Komm mal raus und schlippern. Okay. Nein. Nein. Nein, Gabler, weh. Mach aus. Weißt du, was ich mache? Nein. Weißt du, was ich mache? Nein. Ich muss gehen. Nein, Gabler, komm, gib wieder. auch und freilich ja aber auch gegen danke auch war ein wenig danke für die spektralklinge doch das war schon Doppel-Element! Digga, wir haben einen Plus gemacht! Ja, geil! Ja, geil! Danke, Banner, dagegen! Scam-O-Ding-Scafer-Männer! Und Leute, wenn ihr bei Mein-Rett-In-Die-Welt-Gill-Ray mitmachen möchtet, Gill-Ray heißt Verlosung! Schreibt einfach euren Epic-Namen in den Kommentaren, vielleicht adde ich euch und viel Spaß beim Gill-Ray!